Bochers Bildschirmkontrolle. Selbstverständlich. Damit bin ich an den letzten Wochen bekannt geworden, dass ich bei Instagram den einen oder anderen Influencer mal liebevoll auf seinen Fehlverhalten angesprochen habe. Und das machen wir hier natürlich auch. Und es gab von einer Influencerin so ein bisschen Kritik daran, dass ich dieses Blut verlost habe. Ja, mit Kritik muss man auch umgehen können. Ich bin doch für Kritik zu haben. Was war genau der Ansatzpunkt? Der Ansatzpunkt? Oder wer hat es gemacht? Jelis Superstar Kotsch. Ich habe manchmal es falsch ausgesprochen. Jelis Kotz. Ich war mir nicht ganz sicher. Das ist nicht nett. Ich weiß es nicht, weil es immer so steht. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Es tut mir leid. Ich bin da nicht komplett. Aber es ist Jelis Kotsch. Es ist Jelis Kotsch und es ist ein TV-Star. Ja, sie ist ein TV-Star. Hat ja auch im Sommerhaus der Stars und alles mitgemacht. Und die hat sich ein bisschen über diese Blutgeschichte von mir echauffiert, dass ich auf unangebeste Art und Weise Follower haben möchte. Wie schon gesagt, die Quittung habe ich bekommen. Wir sind wieder bei 1,9. Folgt mir bitte, bitte, bitte. Ich brauche das für mein Ego. Aber unabhängig davon, wir schauen mal, was sie da als für einen Vorschlag dann auch daraufhin hatte. Bitteschön. Ich habe leider kein Blut zu verlosen, aber ich habe was anderes zu verlosen. Wenn ich meine 400.000, ja, wenn ich meine 400.000 Follower vollkriege, verlose ich mal meine alten Brustimplantate. Also Leute, ich finde es wirklich ganz schlimm, wenn man so nach Followern schreit. Ja, das ist, das muss man wirklich sagen. Aber wenn man seine alten Titten verlost, dann ist das dann in Ordnung, muss man sagen. Du kannst ja auch mitmachen. Wir können sie als Kopfkissen oder oder als Kühlpads verwenden. Also wäre doch auch mal nett, so etwas zu Hause zu haben. Also für Langeweile, man hat was zu spielen. Es gibt so viele gute Möglichkeiten, die man da machen kann. Aber du musst jetzt auch, es wird jetzt nicht jeder da draußen sofort wissen, wer das ist. Willst du denn uns nicht mal erklären, wer Jellis überhaupt ist? Selbstverständlich. Wir haben natürlich im Archiv zusammengekramt und weil sie jetzt mal wissen wollen, wer eigentlich diese junge Dame ist, bitteschön. Hier ist ihr gesamtes Werk. Die absolut unglaubliche Traumkarriere. Der Jellis Kotsch. Das war die absolut unglaubliche Traumkarriere. Der Jellis Kotsch. Warst du kurz? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Haben wir das ein bisschen verknappt hier bei RTL? Ja, also in fairer Weise musst du dann schon alles zeigen, weil das kommt, dann kommen wieder diese Gerüchte, dass wir da nicht die ganzen Sachen zeigen. Also zeigt doch mal die komplette. Also da muss doch noch mehr gewesen sein. Ich frag mal ganz kurz in der Regie, haben wir das ein bisschen länger vielleicht noch, weil da muss ja mehr geben aus der Karriere. Ja komm. Alles klar, danke. Die absolut unglaubliche und komplett vollständige Traumkarriere der Jellis Kotsch. Das war die absolut unglaubliche und komplett vollständige Traumkarriere der Jellis Kotsch. Jetzt wird ein Schuh raus, jetzt haben wir das Gesamtwerk. Muss man an dieser Stelle mal ehrlich sagen. Und die ist ja auch wirklich Politik interessiert. Ja, sie sagt ja auch von sich selber, dass was für sie ganz, ganz wichtig ist, morgens aufzustehen. Sie ist halt gerne informiert. Und um informiert zu bleiben und wirklich auch alles von der Welt zu erfahren, dann macht es auch Sinn, Promiflash zu lesen. Absolut. Sie sagt ja auch selber über sich, dass das ihr Top-1-Magazin ist. Und ja, sehr, sehr wichtig. Man muss ja auch informiert bleiben. Und deswegen haben wir das auch von euch zugeschickt bekommen, pocher.rtl.de. Und da war sie nämlich in einem Interview, in so einem VIP-Interview bei Explosive Weekend am Sonntag. Und da wurde sie nach so ein paar Leuten auch gefragt, unter anderem dem Chef vom Robert-Koch-Institut. Den muss man nicht unbedingt kennen. Ja, das stimmt. Aber dann wurde es richtig interessant. Zeig doch einfach. Bitte. Das ist doch hier der, ja Leute, das ist jetzt echt peinlich. Ist das nicht dieser Spahn? Spahn? Nein, das ist der Spahn. Oh, das ist er aber. Richtig. Das ist ja der, der immer hier in den Nachrichten ist. Warum? Der, ähm, unterhält sich immer mit der Angela Merkel und erzählt uns die neuesten News des Tages. Das ist er. Weißt du, was uns das sagt? Das ist der Nachrichtensprecher von Angela Merkel. Der macht immer die neuesten News. Ja, ich wusste es. Er war Nachrichtensprecher. Er kam mir auch sehr, sehr bekannt vor. Aber ich hätte so einen kleinen Tipp, vielleicht auch mal die Zeitschriften lesen und nicht nur die Bilder gucken. Naja, aber das ist ja Newsminister. Dafür steht er ja. Ja, du. Newsminister Jens Spahn. Ja, auch Punkt 12 macht er auch manchmal. Ich hab den schon öfter gesehen. Der ist überall. Überall. Super Typ. Und Jellis ist natürlich auch bekannt durch ihr Liebesleben. Ja. Sie ist mit Johannes Haller. Die waren auch unter anderem im Sommerhaus der Stars. War sie on, off, on, off, on, off, on, off. Und ich hab den ja auch bei mir schon so ein bisschen hochgenommen, weil er ist ja zum Corona-Lockdown durch vier Länder gefahren. Von Deutschland nach Ibiza. Um, Achtung, was kann man in Ibiza am besten machen? Ein Bootsverleih zu eröffnen. Weil das ist absolut die Power-Idee. Jetzt, wo die ganzen Touristen demnächst in zwei Monaten wieder hinreisen dürfen, hat man die Boote schon mal fertig. Und jetzt sind sie leider, sie war hinten mit im Kofferraum dabei. Dann waren sie kurz wieder zusammen. Jetzt ist es auseinander. Und wir möchten fairerweise auch Johannes Haller noch mal zu Wort kommen lassen. Zur Beziehung mit Jellis Kortsch. Bitte, Johannes. Ja, das ist das Wichtigste, was man dazu sagen kann.